Und schon wieder AD Carry Riot segnet mich richtig reich, so jetzt nehme ich mir diesen Ancient Coin mit Definitiv Ach, ein Mana Pot war Verschwendung, ist auch egal So, was nehmen wir denn da mit, wir haben ne Poppy, wir haben drin, wir machen das E E ist relativ okay für das feindliche Team Zwei Gold, welcher aus dem Nichts kommt, genau wie Jess Cockala wieder, der gerade den Vows gespielt hatte Na, eine Catelyn, wunderbar, Catelyn und Draven und wir haben noch einen Lux dabei, die machen das alles schon Lux und Renekton sind Primates, Feinde wieder alle anregend, außer einer, er ist selber zwei, also Riot hasst mich wirklich Ja, da, pinkt ihn an Die kommen eh nicht Don't worry, hab ich live's überall? Verdammt, ich hab dich heute schon mitgenommen Haha Gerne, warum, du kannst immer wieder gerne eine Kuh abhaben, die schmecken echt gut, ey Da fehlt immer noch der Renekton, oh, was hat der sich gekauft Ih, hässlicher Rui Crystal Einmal meint er schon, dass Rui Crystal hässlich aussieht, aber so hässlich hätte ich hätte ich gedacht Oh Gott Haha Tja Ey, mieser Slow von dem W Ja, wir können ganz gechillt den Tower angreifen, während die nichts tun können Finde ich super, wunderbar Hat schon 500, 800 Leben verloren 500 Leben, hä? Hat der 2.900 Grund, Grundleben Na, ist relativ geil, Alter, man bekommt definitiv für jeden Minion Gold Egal, ob man ihn abbekommt Oder nicht Und die können nicht so nix, die Catelyn Schatz, das ist so krank Haha Mit meiner eh abgezogenen Typen, Alter Haha Ja, ich bin dabei Na, das war keine schlechte Komma, die Catelyn ist wirklich gut Die ist wirklich gut Ah, diese Poppy Passive, Alter, ohne Scheiß Die ist so gewaltig nervig Lackt more, bitte, Alter What the fuck Geht mit euch verkehrt da hinten Haha Ich dachte, ich wurde greedy Flash war total nicht gewastet Also war, okay Einfach den Tower machen Ah, okay Ah, okay Keine Akai, die sich davor geworfen hat, ist der Wahnsinn Ah, 16 TS erst, aber trotzdem reichlich Gold Was war das für ne geile Ulti von mir, Mann Was war das für ne geile Ulti von mir, Mann Ja, 3000 Gold Ah, ist kein Problem Ich hab noch genug Leben Äh, nicht wenn... Okay Ich bin weg Ich brauch Healung Heilung Hier müsst ihr ja gleich kommen Mach dir gar keinen Schaden Oh, shit Oh, shit Boah, mies, Alter Grad so Grad so entkommen, ja Wird natürlich jetzt richtig knapp Ich kann nicht mehr viel tun Hey, hey 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 Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Na, Karli, willst du? Nein, jetzt ist es auch nicht mehr. Ja, wunderbar. Nächster. Adi ist lächerlich, Mann. Der Term ist so OP. Mein Gott. Jetzt habe ich mich so selbst verschluckt beim Lachen, ey. Oh. Ey, D, what are you doing? 317, 3010. 1, 1, 8. Na, Kettler hat ein bisschen wenig Kills, aber... Na gut, Fahrwatz ist jetzt auch nicht unbedingt so viel. Aber dafür ist der... Der Varus tot. Verdammt. I'm here. So viel Damage, Mann. Ja, lassen wir ja auch mal CS. Einen kriegt sie auch mal. Keiner stellt sich da entgegen. Nee, nicht mich. Warum kriege ich Damage ab? Warum habe ich Tauwag gebraucht? Alter, jetzt kriege ich meine Scheiße Stacks nicht mehr hoch. Doch, kriege ich sie. Da ist eine wahre Goldmaschine hier auf der Map. Da ist eine wahre Goldmaschine hier auf der Map. Oder so. Noch einfacher. 13,6 habe ich nur auf meinem Adoration. Leak of Draven. 440 Gold habe ich schon bekommen. Wahnsinn. Weg da. Böse Poppy. Sieh, Bessie. Na, wenigstens hat der Nekken überlebt. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Ich habe nichts gesagt. Oh je. Habe ich doch ein Double-Kill gehabt. Ist okay. Wenn die mich nicht töten wollen, dann ist das halt so. Eiei, Eiei, Eiei. Der Yi ist ein bisschen bad. Ihr fightet nicht ohne mich, Alter. Klapp, aber ich hackt's. So viel Gold schon bekommen. 600 durch die Passive. Schon hier 136 durch... 137 schon durch meine Dings. Dammit. Ich habe gesagt, ihr fightet nicht ohne uns. Dann sollt ihr auch nicht da hinten stehen bleiben. Gut, das schaffen wir schon. Na ja, Kali. Da hinten ist sie, lol. Da sind die dahinter. Ja, einer von denen ist tot. Ach, dammit. Jetzt bin ich auch noch tot, Alter. Weil die zu blöd zum Deffen sind, oder wie? Oh mein Gott. Das hätte hier ein bisschen mir geholfen. Ey, ihr unfähigen Spacken, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Rennt nicht ständig 1 versus 5 rein. Ihr Deppen, ey. Unfassbar. Nein. Oh mein Gott, ey. Das war so unnötig. Vier Leute haben Gold bekommen von denen. Bei uns einer höchstens den Kill noch dazu. Ey, warum sind die so schnell, bitte? Oh, rein doch weg, ihr Deppen. Oh mein Gott, ey. Unfähige Typen, Mann. Unfähige Typen. Und tot. Nein, dich chill nicht. Du hast einfach nichts drauf, Junge. Super toll, wie ich chillen soll, Alter. Fast tot wieder. Was macht's denn, Alter? Renekton kommt wieder instant tot. Ah, der wird mich schon ultien. Ich seh's doch. Oh mein Gott, Caitlyn. Halt die Schnauze und Spiel, Alter. Unfassbar, warum ich so langsam bin. Ich hab keine Boots. Ich hab irgendwie die ganze Zeit nie Boots. Und dead. Oder auch nicht. Ja. Ja. Die Damage, Mann. Ah. Von K 생iererin polieren. Hollande. Ja. Ist das auch raus. Ich habe es nicht so, was ich? Ich habe es nicht so, was ich? Ich habe es nicht so, was ich? Ich hab dann aber fast die komplette Welt auseinandergenommen. Okay. Ja, mir fehlen Boots. Definitiv jedes Mal. Vergess nicht, mir Boots zu kaufen. Weiß auch nicht warum. Ist hier immer so ein richtig mulmiges, flaumiges Gefühl, wenn ich alleine vorne bin und alles carry hier. Fühlt sich gut an. Vor allem wenn die alle so squishy sind, man hat sich Armour. Ja, ich hab keine Adoration mehr. Keine Stacks mehr. Catelyn's tot. Oh shit. Nein, Poppy, get you all. Ihr behinderten Spacken, Alter. Ihr seid doch so behindert, Mann. Das ist einfach Poppy, Mann. Natürlich. Haut sie jeden runter. Kate ist doch behindert, Mann. Die ist ein dummes Stück Scheiße, ist sie. Er kann einfach nichts. Soll ich mir nicht das jetzt nicht so sagen, aber das stimmt einfach nur. Schön alle in einer Reihe stehen bleiben. So muss das sein. crazy Typ, Alter. 17-4, hä, wer hat das gecarried? Lux und ich? Komische Kältle, da hat er kein Positioning hat die, nichts unfähig